93% aller Erwachsenen sagen, dass eine feste Partnerschaft eines ihrer wichtigsten Lebensziele sei. Aber wo Licht ist, ist oft auch Schatten. Emotionale und psychische Gewalt, körperliche Gewalt, Machtausübung, Täuschung, emotionale Abhängigkeit, enormes psychisches Leid. Mehr als jede dritte Person war bereits in einer toxischen Beziehung und nicht allen gelingt der Ausstieg. Was ist eine toxische Beziehung? Wie geraten wir in eine toxische Konstellation hinein? Wie entstehen überhaupt toxische Beziehungen und gibt es immer eine klare Täter- und Opferverteilung? Können wir toxische Beziehungen heilen oder liegt der einzige Ausweg in der Trennung? Zu diesen Fragen stelle ich heute psychologische Befunde und Überlegungen vor. Diese sollen dir dabei helfen, dass du erstens toxische Beziehungen besser verstehst und erkennst. Zweitens toxische Konstellationen auflösen oder aus ihnen aussteigen kannst. Und drittens, falls du auf Partnersuche bist, dass du gar nicht erst in einer toxischen Beziehung landest, sondern eine erfüllte Partnerschaft findest. Dazu kannst du nämlich eine ganze Menge tun. Hast du selber Erfahrungen mit toxischen Beziehungen oder hast du Beobachtungen gemacht in deinem Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis? Bitte teile sie mit uns, indem du sie unten nachher in die Kommentare schreibst. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleib dran! Die Psychologin Kenny Graham von der Arizona State University hat im letzten Jahr eine beeindruckende Promotion zu toxischen Beziehungen vorgelegt. Graham und ihr Team analysierten Diskussionen in den Foren Reddit und Cora, um die zentralen Merkmale toxischer Beziehungen herauszukondensieren. Es gelang ihnen aus 1615 Beschreibungen, meistens die Erfahrung direkt Betroffener, 14 Grundmerkmale toxischer Beziehungen herauszuarbeiten. Diese 14 Grundmerkmale toxischer Beziehungen stelle ich jetzt sortiert nach ihrer Häufigkeit nacheinander vor. Das erste Merkmal lautet Kontrolle, Besitz und Isolation. Hierzu ein Zitat. Versuch dich zu kontrollieren, von deinen Freunden zu entfremden. Zwing dich, sich zwischen Beziehung und Familie, Karriere, Leidenschaft zu entscheiden. Versuch deine sozialen Medien zu kontrollieren. Die Telefone oder die sozialen Medien werden überwacht. Es wird Partnerinnen nicht das Recht zu einer eigenen Zeit zugestanden. Sie werden von ihren Freunden und Familienangehörigen isoliert und entfremdet. Fundamentaler Mangel an Balance. Was sie wollen, bekommen sie. Was du willst, steht zur Disposition. Was sie genießen, musst du auch genießen. Auch, wenn du es hast. Es kommen nur die Bedürfnisse einer Person zum Ausdruck. Selbstsüchtiges, egozentrisches Verhalten dominiert. Verantwortung leugnen und Schuldzuweisung. Wenn sie etwas tun, was dir unangenehm ist, werden sie wütend auf dich, weil du dein Unbehagen zum Ausdruck gebracht hast. Eigene Anteile an Problemen werden ausgeblendet. Die Betreffenden reklamieren für sich die Opferrolle. Für eigenes Fehlverhalten machen sie die PartnerInnen verantwortlich. Permanente Kritik. Ab und zu ein bisschen necken ist in Ordnung, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht. Aber wenn die Witze immer nur auf Kosten einer Person gehen, besonders vor anderen Leuten, um sie herabzusetzen, ist das ein Warnsignal. Es dominieren Kritik, Sarkasmus und Feindseligkeit. PartnerInnen werden vor anderen abgewertet, erniedrigt und gedemütigt. Täuschung und Manipulation. Sie sind Chameleons, die eine Fassade vorspielen, die sich völlig von dem unterscheidet, was sie wirklich sind. Die Betreffenden machen falsche Angaben, fallen durch Notlügen auf, geben völlig fiktive Informationen zu ihrer Person- und Lebensgeschichte. Man spricht hier auch von Pseudologia Phantastica. Worte und Handlungen stehen im Widerspruch zueinander. Nach außen hin wird aber Sonnenschein verbreitet. Vernachlässigung. Wenn dein Partner nicht versucht, dich und deine Situation überhaupt zu verstehen. Die Betreffenden zeigen kein Respekt und keine Wertschätzung für die Ansichten ihrer PartnerInnen. Sie achten nicht auf die Gefühle oder Ideen der PartnerInnen. Sie interessieren sich nicht für deren Wohlbefinden. Gaslighting. Dieses tritt bereits deutlich seltener in toxischen Beziehungen auf, ist aber dennoch ein wichtiges Merkmal. Du beginnst, deine Realität infrage zu stellen. Und ob du nicht verrückt bist und dir Dinge einbildest, weil sie über dein Verhalten Lügen und Negativität projizieren. Dinge verdrehen. Damit du dich als diejenige Person fühlst, die sich entschuldigen muss. Die Betroffenen beginnen an ihren eigenen Sinneseindrücken zu zweifeln. Es wird ihnen vermittelt, dass sie verrückt geworden seien. Ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstwahrnehmung werden untergraben. Laufen auf Eierschalen. Wenn du das Gefühl hast, dass du auf Eierschalen läufst. Wenn du Angst hast, dass alles, was du sagst oder tust, sie verärgern könnte. Die Betroffenen haben Angst, etwas zu sagen, um Streit aus dem Weg zu gehen. Sie gröbeln darüber nach, wie sie sich verhalten sollten. Sie legen jedes Wort in die Waagschale, um Probleme zu vermeiden. Liebesbombardement. Ich habe noch nie bei einem Menschen solche Gefühle gehabt. Auf diese Weise wirst du schnell anhänglich und entwickelst eine positive Wahrnehmung von der Person. Sodass du, wenn der Missbrauch beginnt, a. nicht weggehst, weil du weißt, dass die Person gut ist und b. sie es als Schuldgefühl gegen dich verwenden kann. Die Betreffenden können super charmant auftreten. Sie zeigen häufige und starke Liebesbekundungen, sind sehr aufmerksam. Aufwendig ist auch der sehr schnelle Beginn der Beziehung. Auf dieses Merkmal gehe ich übrigens nachher noch etwas näher ein. Anwendung körperlicher Gewalt. In vielen toxischen Beziehungen tritt ausschließlich psychische Gewalt auf. Aber in manchen Beziehungen kommt es ebenfalls zur körperlichen Gewalt. Sie hat mir Schmerzen zugefügt, indem sie mich schlug, biss und mich kratzte, weil sie es liebte, wie ich vor Schmerz schrie. Zur körperlichen Gewalt zählen Drohungen mit körperlicher Gewalt, Zerstörung von Gegenständen sowie schlagen, schubsen, misshandeln. Negative Impulsdurchbrüche. Eine Reihe von toxischen Verhaltensweisen in Beziehungen sind sehr kontrolliert. Aber bei manchen Personen kommt es auch zu impulsiven Verhalten. Viele Beschimpfungen, Schreikrämpfe. Mehrmals hintereinander wieder angerufen, nachdem aufgelegt wurde. Das brachte einige sehr, sehr hässliche Verhaltensweisen in mir zum Vorschein. Personen explodieren wegen Kleinigkeiten. Immer wieder kommt es zu Wutausbrüchen. Regelrechte Schreikrämpfe und massive Beschimpfungen können das Interaktionsverhalten prägen. Sex ist etwas sehr Schönes und verbindet Partnerinnen in einer Beziehung, nicht so aber in toxischen Beziehungen. Hierzu zwei Zitate. Druck muss auch nicht mit Gewalt ausgeübt werden. Wenn sie übermäßig verletzt und traurig sind, weil du Nein sagst und sie versuchen, dir ein geschlechtes Gewissen einzureden oder dir Ausreden zu geben, warum du vielleicht keinen Sex haben willst, damit du darüber hinwegkommst, Manipulation und Schuldgefühle können dich zum Sex zwingen. Oder? Ich werde dich mit Sex belohnen, wenn du dich richtig verhalten hast und Sex verweigern, wenn du dich falsch verhalten hast. Typische Merkmale sind, dass Sex verlangt wird, aber auch, dass Sex erzwungen wird. Ein anderes Merkmal ist, dass Sex instrumentell eingesetzt wird, um andere Ziele zu erreichen. Sex kann auch als Waffe zur Bestrafung verwandt werden. Intermittierende Belohnung oder Zuckerbrot und Peitsche. An manchen Tagen ist alles wunderbar und du fühlst dich umsorgt und sicher. Aber an anderen Tagen bist du ängstlich und gequält. Vielleicht erkennst du sogar, wie schmerzhaft die schlechten Tage sind. Aber du siehst dein Leid als lohnend an, wegen der guten Tage. Charakteristisch ist das Wechselbad der Gefühle. Es kann auch zu sogenannten On-Off-Beziehungen kommen mit ständigen Trennungen und Wiederversöhnungen. Erst Komplimente und Aufmerksamkeitszuwendung, dann wieder Hass und Verachtung. Anzeichen von Besessenheit und Co-Abhängigkeit. Dies ist ein komplexes Merkmal, weil es beschreibt sowohl das Verhalten der toxisch handelnden Personen, als auch das Verhalten und die Erlebensweisen der von toxischen Verhaltensweisen betroffenen Personen. Die Beziehung wird wichtiger als die eigene Gesundheit, deine Eltern, deine Freunde und wichtiger als deine persönlichen und akademischen Ziele. Hier wurden die Folgen für die betroffene Person geschildert. Tatsächlich zeigt aber auch die toxisch handelnde Person eine Besessenheit mit der Beziehung und in Folge wirkt gleichzeitig für die betroffene Person, wenn die sich nicht abgrenzen kann, die Beziehung immer mehr in das Zentrum ihrer Welt. So wird sie abhängig und kann sich nicht lösen. Graham fasst ihre Ergebnisse dahingehend zusammen, dass die häufigsten toxischen Verhaltensmuster einhergehen mit Macht, Kontrolle und Selbstbezogenheit. Es wird ein Beziehungsungleichgewicht geschaffen, wo nur noch die Bedürfnisse der einen Person zur Geltung kommen. Oft geht dies einher mit Mangel an Verantwortungsübernahme, Schuldzuweisungen, Täuschungen, Manipulation. Im Extremfall kann dies sogar dazu führen, dass die Selbstwarnung der betroffenen Person untergraben wird und diese beginnt, an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln. Ich möchte einige kurze Anmerkungen machen zum vorhin beschriebenen Lovebombing. Das Lovebombing beinhaltet Verhaltensweisen wie uneingeschränkte Aufmerksamkeitszuwendung, Wertschätzung, den sehr starken Ausdruck von Liebe, einen enorm schnellen Beginn einer Beziehung und oft eine geradezu magisch anmutende Kompatibilität. All dies kann aber auch echt sein. Beziehungen können ekstatisch beginnen. Personen können ihre Liebe auf eine ekstatische Art und Weise zum Ausdruck bringen. Und solche ekstatisch beginnenden Beziehungen können sehr wohl tragfähig sein und auch dauerhaft halten. Das eigentliche Problem beim Lovebombing sind also gar nicht die gezeigten Verhaltensweisen, sondern es besteht darin, dass toxische Verhaltensweisen durch das Lovebombing überdeckt oder verdeckt werden. Ein berüchtigtes Beispiel hierfür beim Online-Dating sind die sogenannten Love-Scammer, die Liebe vorspielen, aber die betroffenen Personen in Wirklichkeit nur ausnehmen wollen. Aber Merkmale von Lovebombing zeigen eben nicht nur Love-Scammer oder andere toxisch handelnde Personen, sondern ebenfalls Menschen, die verliebt sind. Habe also keine Angst vor der Liebe und fürchte dich nicht, wenn die andere Person dir ihre Liebe eindringlich eingestellt. Achte aber darauf, ob alles stimmig ist, ob die Worte zu den Handlungen passen und setze ein Stoppsignal, wenn du merkst, dass in Wirklichkeit nur die Bedürfnisse der anderen Personen zählen und diese dich dazu manipuliert, deine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Ich habe übrigens einen Test entwickelt mit dem Titel Bin ich in einer toxischen Beziehung? Mit Hilfe dieses Tests kannst du eine aktuelle, aber auch eine vergangene partnerschaftliche Beziehung für dich einschätzen. Ich habe den Test unten in den Ressourcen verlinkt. Ich habe für dieses Video die Angaben von 2073 Teilnehmenden dieses Tests ausgewertet, um herauszufinden, welche Merkmale einen eigenständigen statistischen Beitrag leisten, um zwischen toxischen und nicht-toxischen Beziehungen zu unterscheiden. Hier ist die Liste der 13 Warnsignale für eine toxische Beziehung. Die Prozentzahlen beziehen sich darauf, wie oft ein entsprechendes Merkmal bejaht wurde, wenn eine toxische Beziehung vorlag. 97,0 Prozent der Befragten in einer toxischen Beziehung schilderten einen fundamentalen Mangel an Balance. 92,3 Prozent berichteten, dass positive Veränderungen nicht erreichbar gewesen seien. 91,1 Prozent der Befragten schilderten ignorieren und aggressive Verhaltensweisen. 89,1 Prozent gaben an, dass die Partnerinnen eigene Anteile nicht erkennen konnten. 88,5 Prozent berichteten, dass ihr Selbstvertrauen untergraben worden sei. 88,4 Prozent schilderten starke Schwankungen von Positiven zu Negativen. 84,0 Prozent gaben an, dass es zu sehr häufigen Momenten von Unglück in ihrer Beziehung gekommen sei. 84,0 Prozent der Befragten schilderten ebenfalls, dass die Partnerinnen von Anfang an manipulativ gewesen seien. 83,7 Prozent berichteten von Unehrlichkeit, Halbwahrheiten und Intransparen. Deutlich weniger, aber immer noch 72,3 Prozent der Befragten gaben an, dass körperliche Nähe und Sex sich ausschließlich an den Bedürfnissen der Partnerinnen orientiert habe. 72,1 Prozent berichteten von häufigen Trennungen und Wiederversöhnungen im Sinne einer On-Off-Beziehung. Deutlich seltener, aber immer noch von fast. Einem Drittel der Befragten, nämlich von 32,3 Prozent, wurden Stalking und Verfolgung benannt. 28,9 Prozent berichteten, dass Partnerinnen ihre körperliche Sicherheit bedroht hätten. Wichtig ist, dass aber alle diese Merkmale nicht ausschließlich in toxischen Beziehungen auftreten. So bejahten selbst die Befragten mit der höchsten Beziehungsqualität zwischen minimal 4,3 Prozent häufigen Momente von Unglück und maximal 18,6 Prozent starke Schwankungen zwischen positiven und negativen diese Merkmale. Mit wachsender Beziehungsqualität wird es aber unwahrscheinlich, dass gleichzeitig mehrere dieser Merkmale bejaht werden. Dies seht ihr hier. Eingetragen ist die durchschnittliche Anzahl an Bejahten für ideale, gute, mittelgradige, belastete und toxische Beziehungen. Ganz links sind die Werte für die höchste Beziehungsqualität eingetragen. Ganz rechts seht ihr die Werte für die toxischen Beziehungen. Hier können wir ganz klar sehen, dass bei der höchsten Beziehungsqualität im Durchschnitt nicht einmal ein Merkmal bejaht wurde, während bei den toxischen Beziehungen im Durchschnitt mehr als 10 von 13 Merkmalen bejaht wurden. Ich komme nun kurz näher zu sprechen auf das Merkmal des fundamentalen Mangels an Valence, welches 97 Prozent der Befragten in toxischen Beziehungen bejahten. Dies Merkmal tritt also nahezu in jeder toxischen Beziehung auf. Deshalb könnt ihr es euch zur roten Lagge nehmen. Denn einen solchen Mangel an Balance, den könnt ihr wahrnehmen, selbst wenn ihr bereits in eine emotionale Abhängigkeit abgeglitten seid oder wenn ihr euch selbst toxisch verhaltet. Nehmt ihr bei einem beginnenden Kontakt oder in einer Dating-Beziehung einen Mangel an Balance wahr und bleibt dieser vorhanden, auch wenn dies angesprochen wird, Missverständnis kann es ja durchaus einmal geben, dann solltet ihr aus dieser Beziehung aussteigen, bevor sie seelisch schmerzhaft wird. Besteht eure Beziehung bereits, hilft es nichts, die Augen so zu machen. Entweder die Partnerinnen sind bereit und fähig, an Veränderungen zu arbeiten, dann könnt ihr Vereinbarungen treffen oder auch eine Paartherapie aufsuchen. Zur Wirksamkeit solcher Therapiemaßnahmen komme ich später noch zu sprechen. Oder es führt kein Weg an der Trennung vorbei. Warum wir dazu neigen, so lange in toxischen Beziehungen zu bleiben, darüber spreche ich später ebenfalls noch und dies ist ein ganz spannendes Thema. Zuvor möchte ich drei Irrtümer benennen, die häufig sind und womöglich auch in dem von mir bisher gesagten implizit mitgeschwungen haben. Dies sind die drei Irrtümer. Erstens, toxische Beziehungen sind selten. Zweitens, alles lässt sich über Persönlichkeitsstörungen erklären. Drittens, es gibt meistens einen Täter und ein Opfer. Alle diese Annahmen sind falsch. Toxische Beziehungen sind häufig. In einer Umfrage von uns gaben 36% der Befragten an, dass sie bereits in einer toxischen Beziehung gewesen seien. Zusätzlich benannten 32% der Befragten toxische Elemente in einer vorherigen Beziehung. Nun sind unsere Daten sicherlich nicht repräsentativ, aber veröffentlichte wissenschaftliche Studien zeigen ein ähnliches Bild. Das Center for Disease Control in den USA berichtet, dass 41% aller Frauen und 26% aller Männer körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt oder Stalking durch ihre Partnerinnen erlebte. Geschätzt 113 Millionen Erwachsene in den USA erlebten bereit emotionale Gewalt in partnerschaftlichen Beziehungen. Das sind mehr als 50% aller Erwachsenen US-Amerikanerinnen. Persönlichkeitsstörungen sind nur eine Teilerklärung. Es ist richtig, dass Personen mit narzisstischen, antisozialen, paranoiden, emotional instabil, impulsiven oder Borderline Persönlichkeitsstörungen und auch Personen mit histrionischen Persönlichkeitsstörungen erheblich häufiger mit toxischen Beziehungsverhalten auffallen. Aber eine Untersuchung von Jana Volker und Kolleginnen zeigte, dass diese Persönlichkeitsstörungen maximal ein Anteil von 5,53% an der Allgemeinbevölkerung einnehmen. Damit können diese Persönlichkeitsstörungen das sehr viel häufiger toxische Beziehungsverhalten nicht erklären und zwar auch dann nicht, wenn wir davon ausgehen, dass Personen mit diesen Persönlichkeitsstörungen sich häufiger trennen und daher auch mehr Beziehungen führen. Eine Erklärung über Persönlichkeitsstörungen greift insofern allein zu kurz. Zu diesem Ergebnis kommt übrigens auch Annika Felber in ihrem sehr lesenswerten Buch Du tust mir nicht gut toxische Beziehungen erkennen und sich aus ihnen lösen. Ich habe das Buch unten übrigens auch verlinkt. Die meisten toxischen Beziehungen sind beidseitig. Seit vielen Jahren zeigen Studien zur körperlichen und psychischen Gewalt in Partnerschaften immer wieder, dass bei den meisten Paaren wechselseitige Gewalt besteht. Zu diesem Ergebnis kam auch eine umfassende Übersichtsstudie von Langhinrichsen, Rohling und Kolleginnen. Beziehungen Der Fall, dass partnerschaftliche Gewalt ausschließlich von einer Person in einer Beziehung ausgeht, ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Darüber besteht mittlerweile übrigens in der Forschung auch ein weitgehender Konsens. In der Allgemeinbevölkerung sind diese Befunde aber noch deutlich weniger bekannt. Dafür, dass typischerweise toxisches Beziehungsverhalten beidseitig auftritt, spricht auch eine Längsschnittstudie von H. und Kolleginnen. Die Wissenschaftlerinnen beobachteten das partnerschaftliche Interaktionsverhalten von 230 Frauen und Männer im Alter von 28 bis 30 Jahren. Die gleichen Personen hatten sie zuvor aber bereits mehrfach ab einem Alter von 11 Jahren untersucht. Es zeigte sich eine hohe Korrelation zwischen toxischem Beziehungsverhalten zwischen den Partnerinnen. Je toxischer also die eine Person war, desto toxischer war meistens auch die andere Person. Wie aber entsteht Toxisches Beziehungsverhalten auch hierüber geben die Befunde der Wissenschaftlerinnen wichtige Aufschlüsse. Denn sie konnten belegen, dass negatives, konflikteres und vernachlässiges Erziehungsverhalten von Eltern im Alter von 11 Jahren toxisches Interaktionsverhalten im Alter von 28 bis 30 Jahren statistisch signifikant vorhersagen konnte. Für in der Kindheit liegende Ursachen spricht auch ein umfassender Überblicksartikel von Stith und Kolleginnen, die beobachteten, dass partnerschaftliche Gewalt, mit der Kinder durch ihre Eltern konfrontiert waren, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dazu führte, dass diese Kinder als Erwachsene ebenfalls partnerschaftliche Gewalt zeigten. Ein Stück weit agieren wir also mit unserem toxischen Beziehungsverhalten Defizite aus unserer Kindheit aus. Toxische Verhaltensmuster in Beziehungen sind also häufig und sie treten typischerweise beidseitig auf. Ich schließe daraus, dass viele von euch nicht nur bereits toxische Beziehungen erlebten, sondern auch selbst in der Vergangenheit mit toxischen Beziehungsverhalten in Erscheinung getreten sind. Damit du aus dem toxischen Kreis austrittst, ist es wichtig, über dein eigenes Beziehungsverhalten zu reflektieren, eigene Anteile zu erkennen, Veränderungsziele abzuleiten, Risikosituationen zu erkennen und angemessenes Konfliktverhalten einzuüben. Legt bei euch wechselseitig ein toxisches Muster vor, ist es der erste Schritt, miteinander zu sprechen, aus der Leugnung herauszukommen und durch die Herausarbeitung und Offenlegung wechselseitiger toxischer Muster zu einer echten Wechselhaftigkeit zu gelangen, die für eine reife und gesunde Partnerschaft notwendig ist. Gelingt euch dies nicht allein kann eine Paartherapie helfen. Paartherapien werden übrigens beispielsweise von der Caritas oder Diakonie angeboten. Völlig unabhängig von eurem Bekenntnis, Adressen habe ich unten verlinkt. Aber können wir toxische Verhaltensmuster überhaupt verändern? Vielleicht bist du erstaunt, aber Studien geben auf diese Frage eine eindeutige Antwort und die lautet, was denkst du? Sie lautet ja. So zeigte eine neuerliche Meta-Analyse aus dem Jahr 2021, dass Behandlungsmaßnahmen für Personen, die in Beziehung gewalttätig wurden, das Rückfallrisiko für erneute Gewalt in Beziehung um 50% senken, also halbiert es. Eine weitere Meta-Analyse konnte belegen, dass spezifisch Paar-Therapien das Risiko für Beziehungsgewalt signifikant mindern können. Aber sind Partner zu Veränderungen nicht bereit, fallen sie immer wieder in alte Muster zurück und verweigern sie Therapien? Dann ist der einzige Ausweg aus einer toxischen Beziehung diese zu verlassen. Es geht nicht darum, Beziehungen vorschnell aufzugeben. Bestehen jedoch tiefgreifende Problembereiche und zeigen sich diese als änderungsresistent für die Fortsetzung einer solchen Beziehung nur zu fortgesetztem Unglück und Leid und dies gilt nicht nur für die betroffenen Erwachsenen, sondern es gilt ebenso oder sogar noch stärker für die Kinder, die gerade nicht von der Fortsetzung einer toxischen Beziehung profitieren, sondern dadurch Schaden erleiden. Aber warum ist es so, dass sich manche Menschen nicht trennen, trotz einem fundamentalen Mangel an Balance, trotz Leid, seelischen Schmerzen, trotz körperlichen Übergriffen, sexuellen Übergriffen, trotz Stalking oder Cyberstalking? Dies sagen uns jetzt einige Betroffene selbst. Die Zitate habe ich aus unserer Umfrage zu toxischen Beziehungen entnommen. Ich lese jetzt die Zitate vor und ordne sie danach psychologisch ein. Mein Anteil war, dass ich zu wenig Grenzen gezogen habe und mich zu oft als Opfer gefühlt habe, statt aktiv zu werden. Auch meine Verlustängste haben dazu geführt, dass ich oft eingeknickt bin, statt einen Konflikt auch mal auszusitzen oder durchzuziehen. Ich habe meine Begrenzen zu Beginn aufgezeigt und kommuniziert. Mein Partner hat diese aber mehrfach überschritten. Ich habe leider keine Folgen daraus gezogen und mich stattdessen angepasst und mich selbst zurückgenommen. Bedürfnisse habe ich aufgezeigt, auf diese wurde aber nicht wirklich eingegangen mit passiv-aggressivem oder distanziertem Verhalten reagiert. Ich habe leider doch weiter versucht, die Beziehung aufrecht zu erhalten und seine Entschuldigung für sein abweisendes, abwertendes, aggressives Verhalten und seine Aussicht auf Änderung immer aufs Neue angenommen. Mein Anteil war, dass ich keine Konsequenzen gezogen und mich getrennt habe, sondern geblieben bin und gelitten habe. Ich hatte Probleme alleine zu sein und große Angst, nie wieder jemanden zu finden, der mich liebt. Meine eigenen Anteile? Ich war klammernd, ängstlich, passiv. Es war wohl emotionale Abhängigkeit. Starke Anziehungskraft durch großartige Leidenschaft und phasenweise extreme Zugewandtheit und Wertschätzung meiner Person. Habe mich getrennt, weil es die stärkste Liebe war, die ich je empfunden habe, trotz starker Stimmungsschwankungen und Schwankungen in ihrem Verhalten und in ihren Ansichten. Habe ich mich nicht getrennt. Sie hat sehr stark meinen Kontakt um eine Nähe gesucht, sehr glücklicher und sehr schmerzhafte Momente wechselten sich ab. Es gab Höhen und Tiefen. Ja, ich selbst war genauso toxisch wie er auch zu mir. Lange keine Trennung, da ich keine Arbeit habe und chronisch krank bin. Ich möchte aus diesen Schilderungen zwei Hauptgründe dafür herausdestillieren, dass Menschen in toxischen Beziehungen bleiben. Ein Grund kann darin liegen, dass auf furchtbare Tiefs Hochs folgen, die so ekstatisch sind, dass die Betroffenen nach ihnen regelrecht süchtig werden. Ein Tief kann dabei zum Signal für das kommende Hoch werden und so auch selbst als Kick erlebt werden. Dies wiederum kann sich wechselseitig hochschaukeln. Bei einseitiger toxischer Konstellation kann das Ergebnis sein, dass sich die Betroffenen noch weniger trauen, Grenzen zu setzen, weil sie den Verlust der Beziehung und damit den Verlust der Hochs befürchten. Emotionale Abhängigkeit ist ein zweiter Grund dafür, warum Menschen keine Grenzen setzen und in toxischen Konstellationen verbleiben. Einen Artikel von mir in meinem Beziehungsblock über emotionale Abhängigkeit habe ich unten verlinkt und ebenso den Test neige ich zur Abhängigkeit in der Liebe. Damit kannst du deine eigenen Muster einschätzen. Die Psychologen Sirvent Ruiz und Kolleginnen haben als zwei Komponenten der emotionalen Abhängigkeit folgende Tendenzen herausgearbeitet. Erstens Unterordnung unter die Partnerinnen. Die eigenen Bedürfnisse werden zurückgestellt. Zweitens brennende Sehnsucht und Verlangen bei selbst nur temporärer Getrenntheit kommt es zu einer unerträglichen inneren Leere. Natürlich ist es gut, wenn wir auf die Bedürfnisse unserer Partnerinnen achten und auf diese Rücksicht nehmen. Solange dies wechselseitig ist, ist dies nicht nur kein Problem, sondern es ist eine wichtige Ressource. Ebenso können, dürfen, sollen wir unsere Partnerinnen vermissen, uns nach ihnen sehnen und verlangen nach ihnen haben. Aber es sollte keine unerträgliche innere Leere sein, wenn es zu einer temporären Getrenntheit kommt. Im Gegenteil sollten wir gerade, wenn die Liebe stark ist, dazu in der Lage sein, temporäre Getrenntheit gut zu bewältigen. Dass dies möglich ist, zeigen uns die vielen Paare mit erfolgreichen Fernbeziehung, an denen wir uns ein Beispiel nehmen können. Ein vorheriges Video von mir über Fernbeziehung kannst du dir gerne auch nachher anschauen. Ordnen wir aber unsere Bedürfnisse unter und betrachten jede temporäre Getrenntheit als unerträglich, stärken wir die toxischen Beziehungspartner in ihrer Dominanz, Rücksichtslosigkeit und Macht. Selbst in vordergründig einseitigen toxischen Beziehungen, wo eine Person sich aggressiv verhält und die andere sich unterordnet, ermöglichen in Wirklichkeit beide Personen die toxische Konstellation. Dies ist durchaus eine gute Nachricht, denn sie bedeutet umgekehrt, dass immer beide Seiten die Möglichkeit haben, etwas zu verändern und wenn die Änderung darin besteht, sich aus einer emotionalen Abhängigkeit zu befreien. Genau hierzu hat Kenny Graham, hier schließt sich der Kreis, in ihrer Promotion ermutigende Beobachtungen gemacht, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Kelly Graham beobachtete bei ihren Teilnehmenden, dass der Ausstieg aus einer toxischen Beziehung zu einem posttraumatischen Wachstum führen kann. Dieses posttraumatische Wachstum bestand in einer größeren Wertschätzung der eigenen Person neuen Möglichkeiten und einem Mehr an persönlicher Stärke, interessanterweise aber auch in einer größeren Wertschätzung für Beziehung und in einem sensitiveren sozialen Umgang. Wir können aus dem Tal der Tränen austreten, wobei Kenny Graham zusätzlich zeigen konnte, dass die Suche nach sozialer Unterstützung und der Aufbau einer sinnerfüllten persönlichen Alltagsgestaltung das posttraumatische Wachstum fördern kann. Natürlich ist es oft schöner, wenn es euch miteinander gelingt, die toxische Konstellation hinter euch zu lassen. Hierfür könnt ihr an den Hauptfaktoren für eine stabile und glückliche Beziehung arbeiten, die ich in meinem letzten Video vorgestellt habe. Bist du Single, brauchst du mit dieser Arbeit jedoch keineswegs zu warten, bis du wieder eine Beziehung hast. Gerade wenn du bereits Erfahrungen mit toxischen oder negativen Beziehungen hattest, solltest du bereits jetzt damit beginnen. An einer effektiven und sinnvollen Partnersuche und Partnerwahl sowie an deinem Beziehungsverhalten zu arbeiten. Wie das geht, dazu habe ich euch unten nicht nur das Video, sondern auch einen Artikel verlinkt. Nach diesen vielen Informationen brauche ich jetzt nur noch sieben Sätze, um zu sagen, was toxische Beziehungen sind, wie du sie erkennst und verhinderst oder dich aus ihnen löst, falls sie bereits eingetreten sind. Ersten toxische Beziehungen kennzeichnen sich durch einen fundamentalen Mangel an Balance bei fehlender Veränderungsbereitschaft oder Fähigkeit. Zweitens du erkennst eine toxische Konstellation daran, dass die andere Person sich nur um ihre eigenen Bedürfnisse dreht und oder du um die deinen. Aus einer toxischen Beziehung gibt es nur zwei Auswege, nämlich nachhaltige Veränderung oder Trennung. Viertens ihr könnt zusammen daran arbeiten, echte Gemeinsamkeit, Wertschätzung, Respekt, ein angemessenes Konfliktverhalten aufzubauen, wobei euch gegebenenfalls eine Therapie unterstützen kann. Fünftens wenn aber ein oder beide Personen zu einer solchen Veränderung nicht bereit oder fähig sind, dann bleibt als einziger Ausweg die Trennung, damit ihr euch nicht eure künftige Lebensfreude und eine zukünftige echte Liebesbeziehung verbaut. Sechstens so belastend toxische Beziehungen auch sind, so ermöglicht ihre Auflösung ein Wachstum, welches durch die Suche nach sozialer Unterstützung und den Aufbau einer sinnerfüllten eigenen Alltagsgestaltung möglich wird. Siebtens Wenn du jetzt Single bist, ist dies die ideale Zeit, um an all diesen Aspekten bereits jetzt zu arbeiten, damit du nie mehr in einer toxischen Beziehung landest, sondern eine erfüllte Partnerschaft findest. Dass euch dies gelingt, dafür drücke ich euch ganz herzlich die Daumen. Bitte gebe unten meinem Video ein Like, wenn es dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal, damit du über künftige Videos informiert wirst, außerdem unterstützt du mich damit, dass mein Kanal schrittweise bekannter wird. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist, zu dem Thema der verschiedenen Wege, wie durch die Online Partnersuche eine Beziehung gefunden werden kann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.